hallo heute werde ich eine präsentation zum thema interkulturelle kommunikation geben ich finde dieses thema sehr sehr spannend und ich hoffe es wird euch auch interessieren aber ja das thema ist nicht nur interessant sondern auch in der heutigen sich schnell vernetzten und immer mehr diversen welt kommt der interkulturellen kommunikation am arbeitsplatz oder zusammenarbeit in teams oder auch im sozialen leben eine noch nie zuvor da gewissene bedeutung zu diese zunehmende vernetzung an unternehmen an menschen auf der ganzen welt und die wachsende vielfalt der mitarbeiter in oder team team members haben zu einem echt dynamischen umfeld geführt geführt in dem eine effektive kommunikation zwischen kulturen einfach unerlässlich geworden ist wenn man gut interkulturell kommunizieren kann das fördert das verständnis und die zusammenarbeit und die verbundenheit von teams in dem man sich befindet sie hilft bei der auch bei der navigation durch kulturelle nuancen und minimiert missverständnisse und konflikte die durch unterschiedliche kommunikationsstil norm werden und sichtweisen entstehen können also die beherrschung von interkulturellen kommunikation und interkulturelle fähigkeiten sind ist nicht nur ein skill den man heutzutage haben kann aber es ist wirklich immer mehr ein entscheidender faktor in der modernen welt generell und hier noch noch ein faktor zu also fast 20 prozent von der deutschen bevölkerung wurden im ausland geboren also sogar wenn man nicht ins ausland reist und sich damit eine andere kultur konfrontieren muss auch auch hier in deutschland gibt es viele kulturen die repräsentiert sind auch in unserer gruppe waren wir natürlich ein eine sehr bunte und diverse mischung genau also das ist wirklich eine wichtige fähigkeit für alle die gut zusammenarbeiten wollen okay jetzt kommt die frage wie macht man das am besten wie kann man sich interkulturelle fähigkeiten am besten aneignen weil es ist ja so ein breites thema es gibt so viele länder und kulturen wie wie fängt man da an und ich will euch hier ein tool präsentieren was einfach sehr viel information inhalt und das ist the culture map das ist ein buch aber auch ein tool was es online gibt was von erin meyer entwickelt wurde erin meyer ist eine amerikanische professorin die ein an einer business school in paris lehrt und sie hat geforscht zum thema wie sich unterschiedliche kulturen was für unterschiedliche eigenschaften unterschiedliche kulturen haben die bei der zusammenarbeit eine wichtige rolle spielen zum beispiel wie man unterschiedlich kommuniziert oder feedback gibt solche dimensionen die werde ich aber noch gleich genauer vorstellen aber ich glaube einfach da eine wissenschaftliche basis zu haben wenn man sich mit dem thema befasst wie sind unterschiedliche kulturen bei der zusammenarbeit ich glaube sehr oft ziehen da leute erkenntnis aus stereotypen und und so was nicht sehr hilfreich sein kann aber dieses dieses tool ist sehr wissenschaftlich und da kann sehr viel erkenntnis gewonnen werden also ich zum beispiel ich habe schon mal in einem interkulturellen team zusammenarbeitet und da haben wir dieses tool benutzt um einfach noch mal zu sehen wie wir zu unterschiedlichen sachen stehen genau aber ich will auch noch dazu sagen also dass wenn es um sich interkulturelle fähigkeiten bei der aneignung davon da natürlich kann man nicht alles nur aus einem einem buch oder aus einem tool ziehen da hilft auch einfach freundschaften aufbauen mit menschen aus anderen kulturen reisen gehen sich mit ausländischer literatur befassen alles mögliche aber das ist nur ein weg wo ich eigentlich sehr nützlich finde bei der zusammenarbeit da direkte erkenntnisse zu ziehen ja und er stellt acht dimensionen vor in dem sich kulturen unterscheiden die erste ist kommunizieren ist beim kommunizieren ein hoher oder niedriger kontext erwartet das zweite auswerten also feedback geben direkt oder indirekt das dritte ist überzeugen werden prinzipien wird viel wert auf prinzipien gelegt oder erstmal die anwendung das vierte ist beim führen es ist eher egalitär oder hierarchisch das fünfte entscheiden wird viel wert auf konsens gelegt oder ist es eher von oben nach unten das sechste vertrauen eher aufgaben basiert oder beziehungs basiert und das siebte wenn es zu meinungsverschiedenheiten kommt geht man da konfrontativ sehr direkt dran oder vermeidet man es eher und ist man eher weniger konfrontativ und die letzte dimension ist die zeitplanung ist die zeit sehr flexibel oder eher linie wo sehr viel wert auf pünktlichkeit gelegt wird ja ich werde jetzt auf manche von diesen eigenschaften ein bisschen genauer eingehen also hier als erstes wie man kommuniziert hoher oder niedriger kontext bei der kommunikation also für menschen in eine in eine kultur wo er niedriger kontext benutzt wird ist gut gute kommunikation ist präzise einfach und klar aussagen werden für den eigentlichen inhalt ausgedrückt und verstanden oft werden auch sachen wiederholt dass alle wissen genau was gemeint ist aber auf der anderen seite in kulturen wo hoher kontext bei der kommunikation existiert da ist gut kommunikation ist er subtil nuanziert und vielschichtig also es wird viel kommuniziert was aber nicht gesagt wird also aussagen werden sowohl ausgesprochen aber auch zwischen den zeilen gelesen also eher andeutung als explizite ausdruck und da also also deutschland ist da ziemlich weit im niedrigen kontext eine ziemlich direkte kultur aber länder wie japan und korea sind sind da viel indirekter mit der kommunikation und ja dieses kann zu konflikte führen also menschen die eher niedrigen kontext gewöhnt sind und mit menschen aus hoher kommunikation kontext konfrontiert werden glauben dass es ist einfach verwirrend was die sagen die die sind es zu kompliziert mit denen zu interagieren die sonst auch einfach mal sagen aber leute aus dem hohen kontext kultur die mit menschen aus der niedrigen kontext kultur sind konfrontiert sind glauben dass sie einfach zu wissen so kindisch kommunizieren warum können die sachen nicht richtig und in der richtigen art ausdrücken wo man diese unterschiedliche nuancen auch ausnutzen respektiert ja und dazu will ich auch noch was sagen also hatten wir auf der vorherigen folie an der linie mit wo die unterschiedlichen länder waren und diese länder die sind da irgendwie so als als punkt aber man will ja nicht individuen abstempeln nur weil man aus diese kultur kommt ist man genau so aber was er in ihrem buch schreibt ist dass diese wo die länder sich auf der linie befinden das kann man sich ungefähr vorstellen dass da ungefähr der mitte ist von so eine normalverteilung von was der akzeptable rahmen ist für diese eigenschaft in einem land und das individuum ist natürlich von der kultur beeinflusst die kultur gibt dann den rahmen an aber das individuum mit deren persönlichen eigenschaften entscheidet wo man sich innerhalb diesen rahmen von was akzeptabel ist befindet ja nur noch dazu ja und eine nächste dimension ist dass das auswerten wird negatives feedback wird es eher direkt oder indirekt gegeben und das variiert sehr groß unterschiedlich in unterschiedliche länder und kulturen also in länder wo negatives feedback eher direkt ist da wird sehr offen und ehrlich gegeben ohne sachen schönzureden negative botschaften stehen für sich alleine und werden nicht durch positive positives feedback abgemildert und oft wird kritik an eine einzelperson auch vor einer gruppe gegeben aber im kontrast in kulturen wo indirektes negatives feedback normal ist da werden negative rückmeldungen sanft subtil und diplomatisch gegeben die werden auch oft mit positives feedback verpackt und auch wirklich nur unter vier augen gegeben und da habe ich auch persönliche erfahrungen mit ich bin in england geboren und aufgewachsen ich habe deutsche eltern und also kenne die deutsche kultur auch und wohne hier jetzt auch in göttingen und das ist mir sehr aufgefallen als ich nach deutschland gezogen bin dass leute kritik geben dann ist es viel direkter und als eine person die eher das indirekte gewöhnen ist kam es sehr unfreundlich rüber und ja dass das war auch habe ich es war ein unangenehmes gefühl und als ich die angesprochen darauf angesprochen habe dann meinten die ja das das sagt man doch jeden oder es war gar nicht so wirklich persönlich gemeint genau also zum beispiel in england wenn ich eine hausarbeit von freundinnen und freundin lesen würde und ich glaube es ist eigentlich nicht so gut und da muss sich viel verändern ich würde mein kritik sagen so ja es war schon sehr sehr gut und aber hier sind noch ein paar sachen die sich die man verändern muss und paar vielleicht neue idee reinbringen aber in deutschland würde man diese diese kritik man würde da gar nicht sagen oh ja es war gut das ist schlecht und das und das muss sich muss man ändern ja und in ihrem buch hat er mal dieses auch noch mal ganz explizit dargestellt mit hier eine tabelle wo man links hat what the british say what the british mean and then what the dutch understand also zum beispiel wenn eine britische person sagt very interesting dann würde die niederländische person denken wow die person ist voll beeindruckt von meiner arbeit aber was die britische person eigentlich meint ist i don't like it also man mag es nicht es ist es ist eigentlich schlecht und als ich als ich diese tabelle gesehen habe ja es so was kam bei mir öfters vor dass es da missverständnisse gibt und ja ich glaube einfach bei der zusammenarbeit wenn diese unterschiedliche wenn diese unterschiede bewusst sind dann kann man einfach viele konflikte und missverständnisse vermeiden genau und jetzt noch zwei mehr dimensionen die sich ziemlich ähneln also erst mal führen wird das team die gruppe das unternehmen eher egalitär geführt oder hierarchisch und beim entscheiden wird da eher nach konsens gesucht mit allen beteiligten oder wird es einfach von oben gegeben also ja erst mal dieses dieses führen da hat man halt also ein unternehmen wenn egalitär ist da würde man so eine arbeitskultur haben wo der chef oder die einfach mit allen zusammen mittag essen würde also sehr locker weniger ja festgefahren da dass alle diese sehr strikten rollen haben aber ja genau wo es hierarchisch ist da daran wissen leute wirklich wo ihr platz ist in der rangordnung und so und dann nächstes also beim entscheiden konsens oder oder top down wird ja nach konsens gesucht oder gibt es eine person die ist einfach so direkt entscheidet und hier was interessant ist man würde denken dass länder die sehr egalitär sind sind suchen beim entscheidungsprozess nach konsens und wenn es sehr hierarchisch ist dann ist es ja von oben nach unten beim entscheidungsprozess aber das muss eigentlich nicht so sein also zum beispiel in der usa die sind ein eine kultur wo es beim führen ist es eigentlich ziemlich egalitär also genau nicht so strikt man und so aber beim wenn es entscheidung wenn man entscheidung machen muss dann sind es wirklich die leute die ganz oben sind die da die macht haben aber in einem anderen fall also japan eine kultur die sehr hierarchisch ist also sehr festgefahren rangen ordnung mit allen die zusammenarbeiten aber beim entscheidungsprozess sind die ganz ganz weit längst suchen sehr nach konsens also die entscheidung kommen eher von unten nach oben ok und jetzt die letzte dimension die ich vorstelle das ist die zeitplanung zeit sehr strikt gesehen ist es eher linear oder ist man da eher ein bisschen flexibel und da habe ich wieder erfahrung gemacht also als ich nach deutschland gezogen bin dass leute wirklich viel genauer auf die zeit geachtet haben also in den ersten paar paar monaten als ich hier war als ich mich mit freundinnen und freundinnen verabredet habe wenn ich da irgendwo fünf minuten zu spät kam habe ich schon irgendwie anrufe bekommen gefragt wo ich denn bin ob alles okay ist und manchmal waren die personen auch ein bisschen genervt wenn ich sieben acht neun oder zehn minuten zu spät kam und das war mir sehr alles sehr neu also in england sehen wir da zeit er flexibler als in deutschland und da wenn man viertel stunde zu spät kommt das ist eigentlich mit eingerechnet und da da war mir diese deutsche einstellung einfach einfach ziemlich fremd und das kann man hier auch genau sehen in in aaron miles buch deutschland ist da ganz ganz weit links die zeit sehr rigide und england ist da weiter weiter rechts flexibler und hier will ich auch noch mal dazu sagen also wie man eine andere kultur empfindet das ist nicht ob die jetzt generell links oder rechts vom mittelpunkt auf dieser linie ist das ist eher also aus der sicht von der eigenen kultur was entscheidend ist ist dieses land links oder rechts von dem eigenen kultur land also ich habe deutschland als sehr festgefahren empfunden weil ich war ich weil england flexibler ist aber ich würde wahrscheinlich genauso aufgeregt sein wenn ich mit menschen aus der türkei oder kenia ich verabreden würde weil die halt erzeit viel flexibler sehen also das einfach noch mal noch mal dazu genau und jetzt habe ich ein paar unterschiedliche dimensionen vorgestellt und jetzt wenn man dieses tool benutzen will kann man online gehen und die unterschiedliche länder eingeben oder vom team wo man zusammenarbeitet wo man herkommt und dann kann man halt auf diese unterschiedlichen dimensionen schauen wo sind denn meine meine team members und ich glaube einfach diese unterschiedlichkeiten die einfach da ein bisschen offen darüber zu diskutieren und dass es einem bewusst ist dass wenn leute feedback geben was sich ziemlich unhöflich unhöflich rüberkommt dass es vielleicht kein persönlicher angriff ist dass es einfach teil von deren kulturellen verständnis ist und halt dass man wenn man mit menschen aus anderen eher zeit flexiblen kulturen zusammenarbeitet dass man das so ein bisschen einplanen soll statt sich groß drüber aufzuregen genau und ja ich ist einfach ein schnelles tool was man was man benutzen kann und ja ich hoffe es war interessant und dank fürs zuhören